Hallo, ich bin so fröhlich und die Musik passt perfekt dazu und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Until The End. Eine epische Reise von Joe und mir. Und wir gehen mal rauf. Joe? Hallo? Ja, bitte? Ich dachte schon, ich höre dich nicht mehr, ey. Mach mir doch nicht so mehr. Doch, 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 doch. Heute spielen wir mal in Full-Bild. Ja, ich auch, aber habe ich ja beim letzten Mal schon. Guck mal. Testweise. Eine Stärke-Borgen. Stärke 2, bitte. Ich habe noch nie in Full-Bild Minecraft gespielt. Echt, ich mache das immer. Seit wann ist mein Inventar so aufgeräumt? Alter. Seit wann ist das aufgeräumt, Alter? Aufgeräumt, ja. Mein Inventar. Aufgeräumt. Moment, lass mich mal kurz überwägen. Kann ich, kann ich meine, meine Monitorgröße einstellen? Die Auflösung? Äh, das passt sich automatisch um deine Monitorgröße an. Ach so, weil das, das sieht so ein bisschen fett aus gerade. Hölle? Oh ja, ich habe 30 Frames. Wo ist unser ganzes Gold? Ich weiß es nicht. Da ist es. Okay. So, ich habe nämlich was rausgefunden. Ich habe mir so ein bisschen was, ähm, so ein paar Rezepte überlegt oder rausgesucht, sage ich mal so. Und habe die jetzt alle hier auf. Ich gebe dir jetzt mal eine kleine Sache. Okay. Haha. Ein, ein Goldenergit. Und jetzt mache ich dir gleich noch was Schönes. Oh mein Gott, ich kriege Geschenke. Ja, ich weiß. Moment, gerade ganz kleinen Moment noch. Ja, ja, ja. Ah. Yay. Ich bin zu einem Lohn. Hast du auch noch ein paar Melonen für Melonser? Ja, klar. Sind noch 43 Melonen übrig. Okay. Gut, äh, wir wollten, wir wollten uns umgucken, ne? Ach so. Und wir wollten noch was anderes machen. Wir haben aufs Kind so ein kleines bisschen was geplant. Ähm. Allerdings bin ich noch nicht ganz fertig mit den Dingen hier, die ich machen will. Ähm, ich möchte mir noch ein kleines bisschen was craften. Dauert nicht mehr lang. Hast du mal eine Farbe? Irgendeine Farbe, warte, ein Labisla zu lesen. So, Dankeschön. Ich kann dir Kaktus geben. Oh nö, geht schon, danke. Dann so und dann so. Jetzt habe ich einen Feuerwerkstern, einen blauen Feuerwerkstern und jetzt mache ich einen Feuerwerkskraper. Oh. Ist das nicht süß? Einfach so. Ist zwar völlig unnötig, aber egal. Es regnet schon wieder. Das höre ich. So, dann... Und ich frage mich, was das hier rauschen hier ist? Ach. Dann, dafür brauchen wir das, dafür brauchen wir das. Äh, dafür brauchen wir... Man sieht, der passt gerade nicht. Ne, meine... Na gut, meine so mittelmäßig. So, jetzt brauche ich... Ich mache dir jetzt was Schönes. Schon wieder? Ja. Also, ich stelle dir jetzt was Schönes einfach hier hin. Aber der gibt mir keinen Dirt. So, jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt wird's interessant. Mein Gott. Was passiert hier? Das ist ein Kohleblock. Richtig notwendig. Ich... Ich... Läckste den... Hooh. Nein, nein, ich hab ihn nur gestreichelt. Hooh. Ich hab meine Hand nicht in der Rolle. Geht das? Hä? Was bringt... Achso, stimmt. Ach, alles rein. Äh, was wollte ich noch? Gut, dann ist das fertig. Dann brauche ich nur noch... Parkermine. Nee. Ich brauche noch... Wo haben wir denn... Da. Das habe ich gesucht. Hä? Jetzt mache ich nämlich was richtig Schönes. Das ist der Wehre. Zeige ich dir natürlich noch nicht. Mann. Hä? Ach, andersrum. Verdammt. Ich wünsch dir, ich könnte da reingucken, wie du was quachtest. Ich wünsch dir, ich wüsste, was er jetzt macht. Ach, scheiße, das reicht gar nicht. Reicht nur für eins. Ich baue dir auch was Schönes. Das ist nett, danke. Und dann stört mich hier noch was. Ich brauche auch Holz. Das ganze Holz ist unten. Hast du noch einen Holzblock für mich? Ein Holzblock? Nee. Ich habe nur Sticks. Dann gehe ich halt die Bäume fällen. Okay. Stimmt ja, ich konnte die ja nicht anpflanzen, weil du das letzte Mal so... Boah, du wolltest ja so abrupt enden. Echt jetzt? Ja. Daran ändere ich mich gar nicht mehr. Ja, 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 ja. Ich gehe hier nochmal kurz unten in den Dungeon. Okay. Beziehungsweise... Wie laufen wir denn rum? Wohin denn? Ja, ein Dorf müsste hier immer noch irgendwo sein. Ja, das stimmt. Da hätte ich nämlich auch geguckt, die... Richtig. Die Hexen können... Ja, sag du. Die Hexen, die könnten überall sporen, aber die Villager-Zombies, die sind wirklich nur da, wo auch Dörfer sind. Korrekt. Ähm... Wo ist denn... Ich nehme einfach das mit. Ich mache von da unten einen Baum ab. Okay. Ich habe zwar keine Axt mehr, aber egal. YOLO! Ich nehme jetzt das ganze Eisen mit, ist mir egal. Dann ein Problem. Pff. Wieso sollte ich auch Eisen wollen? Alter, wir haben einfach drei Sticks Eisen. Ja gut. Geschmolzen, oder...? Ja. Oh, geil. Ich lasse es doch hier oben, sicherheitshalber. So. Aber einen halben Stack nehme ich mit. Hä, ich hatte die Asura? Ja, die habe ich dir mal gemacht. Oh. Cool. Die hattest du aber abgelegt, weil deine Eisen schon noch nicht kaputt waren. Stimmt! Ja. So, ich gehe runter in den Dungeon, du kannst ruhig hier oben bleiben. Nämlich... Ja, bleib bitte hier oben. Mach hier oben irgendwas, was du willst. Aber ich will... Ich will noch was für dich machen. Ich will noch was für dich machen. Ich will mir waschen. Boah. 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 ich wollte sagen wenn es ein zombie kommt bin ich tot aber das war sehr sehr knapp weil ich ich brauche noch ein bisschen machte um noch ruhig ein bisschen muss ich habe ja keine ahnung was nein na gut du weißt du was ich machen will ich habe es ja schon gesagt ja also komm ruhig komm ruhig runter aber zeigst deinen zuschauer nicht also die weg von meinem namen nee nee ich guck mich hier oben ok oh wie ich dieses lied einfach liebe welches ich weiß leider nicht wie es heißt aber es ist halt eins aus der playlist hier ich würde ja mitzummen aber nein um stattdessen wird sich eben einfach die beine im takt das teintischen untergestalt na klar mache ich doch immer also die wuchs mein handy hallo handy rs stopp uhr ich schlacht mein park ich stelle mal auf zehn minuten ok ich denke mal wir sollten ja so bei 15 sein dabei zu fünften nicht und ich höre ein zombie nehmen mir das mich jetzt gerade an aber ich kann ja nicht okay jetzt kann ich gut er hat mich was getötet alter 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 stirb nicht ja ich habe gerade einmal gesteckt fuck geiler ich bin einfach fast tot dann machen die so viel fucking schaden ich glaube panda hat es wirklich auf hardcore gestellt stimmt habe ich ihm habe ich ihm kürzlich gesagt dass er das noch machen soll also hardcore ist es nach wie vor nicht aber er hat auch schwer gestellt ich bin tot ich bin recht ohne witz ich bin recht ohne witz dein fucking ernst mein fucking ernst ach chuuu ich wollte konntet penna von hey wie wir jetzt machen wir wieder zwei lieben hol dir mein diarschwert meine diarüstung es liegt alles noch da holt es dir schnell direkt wenn du unten in den dungeon gehst rechts ja sorry hier ist ein skelett mit goldrüstung weiter lass mich in ruhe ja was macht bin jetzt naja so ich bin tot du kannst jetzt entscheiden entweder du machst weiter oder du springst in die lache wir können auch noch einen zweiten versuch starten was meinst du wir können neustart machen ich meine so weit waren wir jetzt auch noch nicht naja komplett neustart ist natürlich möglich klar aber also ich kann jetzt auf jeden fall nicht auf respawn drücken sonst ist es gegen die regeln die wir aufgestellt haben im zweiten versuch mit völlig von null ist natürlich machbar aber hol dir mein zeug bitte du es noch du es wenigstens noch die folgen muss noch ordentlich zusammen zu ende machen wir haben noch sieben minuten nur weiß ich nicht mehr wo es rein ging da ist dein kackstift ich bin einfach tot man soll ich dir mal erklären was passiert ist also ich habe gerade obsidian für das nether portal abgebaut was ich machen wollte wir wollten wir hatten geplant in diesem part oder im nächsten part in den nether zu gehen und mir hatten noch ein oder zwei obsidian blöcke gefehlt und die habe ich abgebaut ich habe einen abgebaut habe den bekommen vor mir war halt lava unter mir dachte okay baue ich zu wie alle anderen stücke davor und da kommt ein zombie von hinten und schubst mich rein und ich bin verbrannt aber mein zeug ist draußen gespawnt weil ich noch schwer an land gegangen bin und da verbrannt bin also ich sehe mein dia schwert liegen ich sehe meine dia rüstung liegen beides verzaubert wo war das denn rechts direkt rechts wenn du runterkommst du direkt rechts ok ich sehe eine achs liegen ich sehe meine map liegen der feuerwerkskörper ist da hol dir das zeug hol dir bitte das zeug wenigstens das zeug hier oder was er meine dia spitzhacke ist glaube im arsch ich höre dich ja direkt neben mir also ich bin ja noch mit der leiche gerade online auf dem obsidian ich bin auf den obsidian fahrt noch ganz am anfang ach da da hängt eine fackel genau nimm dir das dia schwert das ist ganz am rand warte lass dich jetzt nicht auch reinwerfen wirf erstmal zeug weg wirf unnötiges zeug weg nein mein dia schwert verbrennt ach ne verbrennt es nicht nimm es dir dia schwert und dia rüstung das beides musst du haben wirf dein zeug weg ich werde dein hab ich schon ich hatte deine jahres brustplatte in ehren tragen ja bei mir liegt sie noch da hast du sie schon aufgenommen ja ok bei mir liegt sie noch da back ein bisschen rum rache 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 wo seid ihr völker die musik passt gerade immer auf meine auch nicht ich bringe euch alle um mit happy kardavra musik wo seid ihr ich bleib den rest der folge nach oben und dann muss ich wohl unter übel verschwinden natürlich jetzt war nicht weiter versteckt ihr euch ihr habt angst angst alleine gegen mich anzugehen kommt raus ihr wichser ihr habt schuhe umgebracht das ist das ist das ist so endet hätte ich nun wirklich nicht gedacht joh ich komme jetzt vor dir falls ich es nicht vergessen habe werde ich hier jetzt egal zum zusammenschnitt gemacht haben ähm als ich gestorben bin nur kurz an die zuschauer äh aber ich hab diamanten gefunden joh diamanten ich werde sie für dich abbauen und dir ins grab bringen und ein feuerwerk für dich starten ja aber darf ich mich mal selbst zitieren wenn ich es nicht falsch in erinnerung habe ja ich werde früher oder später durch lava sterben und ich bin durch lava gestorben das war nicht der zombie, der zombie hat mich nur reingeworfen ach mann wieso denn so wieso so früh ich kann nicht suchen jetzt einen lava spot nein alter töd ich nicht du kannst das noch zu ende bringen geh in den nether erfüll meinen wunsch ich hab mir immer gewünscht dir in den nether zu gehen du nimmst einfach irgendeinen gegenstand zum beispiel meine karte und stellst nein 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 du nimmst dir den feuerwerks körper und du stellst dir vor du hast meine asche drin und dann gehst du in den nether und da zündest du mich erfüll meinen letzten wunsch ich werde es tun für mich du mir nicht gefallen du mir nicht gefallen ich muss mir nur obsidian abbauen ich hab keins ich hab auch keine ahnung wie hier reingefrogen du mir die sind ein gefallen ich werde es für dich tun ich werde deinen wunsch wahr werden lassen wir werden zusammen in nether gehen wir werden zusammen in nether gehen hast du deine aufnahme jetzt beendet? nein okay ich dachte schon weil du vom server runter bist ich weiß noch nicht wie ich hier wegkomme ich bin irgendwie die wut nach rache hat mich in die irre geleitet die wut nach rache vor allem da gibt's hin da gibt's hin man muss grad sagen dass ich gerade dass wir grad wirklich fast hier Tränen gekommen sind alter nachdem ich angefangen habe es zu realisieren ich nehme jetzt mein wassereimer ich werde hier raus obsidian machen ich werde das für dich abbauen ich bin ja immer noch tot wie kann das nur sein ich hab kein Holz weil ich's weggeschmissen habe ich bin immer noch tot ich bin ja immer noch tot ach uuuu ist tot er ist tot okay ach da geht's weg Spitzhacke rescue my life kommt doch holt mich holt mich du hast noch 15 Sekunden bist du bist du oben oder bist du unten ich bin unten dann verkriech dich irgendwo weil du überlebst den Part noch der Part geht noch sieben Sekunden dann ich werde den Part so lange weiter machen bis ich im Eta war nein 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 das machst du nicht das machst du im nächsten Part okay mein Handy hat jetzt vibriert die Stoppuhr ist jetzt abgelaufen und du beendest den Part jetzt okay okay dann sehen wir uns im nächsten Part tschau schaut bei dem Eki weiter ein paar Folgen werden da sicherlich noch kommen und dann kommt bald Neustart vielleicht wenn du Bock drauf hast vielleicht na dann tschau tschüssi 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 Bis zum nächsten Mal.